Mal direkt Tilted gehen. Tilted? Warum? Weiß ich nicht. Es wird halt nicht viel helfen. Aber ja, können wir machen. Wenn wir safe durchspielen, dann ist alles gut. Gehen wir dann L-Häuser. Abmarkiert. Glaub ich als erster da unten. Wow, da bin ich zu niedrig. Okay, alles gut. Und dann die Shutty wahrscheinlich, die Pump. Gibt's andere was. Wir haben rechts neben uns euch auf den großen roten und die Ball eigentlich. Das hat Tilted. So, wir haben zusammen gechillt aufspielen. Das war dir einer. Ja. Ja. Der kommt zu dir lang. Ah, okay. Oh, hier bange ich auch, wo ich hier bin. Schau mal auf mich. Ich fiel das, ja? Oder? Ja. 4 zu 4. Oh, die sind bei mir gelandet. Oh mein Gott. Das sind plötzlich in einer Sekunde zwei Typen in meinem Face gelandet. Ja, da vorne. 2-5 Masken bei. Moin Leute. Oh, der ist gerade dann. Ja, ja. Und wer denn? Lol. Wir haben ein Schild gerade gezogen. Perfekt. Hier ist Skiller. Da. Wir haben Taco beim Prunk. Wieder lag der Typ. Wieder lag der Typ. Oh, der ist tot. Von rechts noch einer. Oh, der ist tot. Oh, der hat ein paar Klinge. Oh, der hat ein paar Klinge. Oh, der hat ein paar Klinge verliebt. Oh, der hat ein paar Klinge durch. Oh, der hat ein paar Klinge gelandet. Die sind bei mir drüben. Und da habe ich auch. Ist ganz unten, ganz unten, rein unten ins Haus rein Das ist mir ganz unten, rein Das ist gut. Da ist noch einer links im Kornhaus. Okay. Jo, die fressen Pilze sehe ich. Snipe einen. Ich habe einen genockt. Oh ne, durch die Pumpe habe ich gewastet. Wir hatten schön viel Holz. Wie viel hast du? 1.000. Ich 600. 50er. Die andere. Flieg. Reloader. Ich habe noch mehr. Ich hatte hier ein großes Schild und ein RPG. Brauchst du ein großes Schild? Ja. Hast du dabei noch? Ja, ich habe hier mitgenommen und gelegt. Ich glaube ich nehme sogar die RPG damit. Ich habe dafür Platz. Was hast du es gebraucht? Hier, wo ich gerade war. In diesem Kästchen drin. Ich habe es mitgenommen und hier gedroppt, wo ich gerade war. Ja, also in diesem Kästchen. In diesem Kästchen. Ich habe es mitgenommen. Ich habe einen gedrückt in dem Türmen, bei der CD-Wut. Wir tun das, was wir tun haben. Wir nehmen es. Ja, wir nehmen es, die uns poschen. Hier im Schild. Ich habe einen gerillt unten, der movet bei das Idiot. Ich habe hier ein paar Bounce Pats. Wir können vorpushen. Ich muss echt mal ein langsamer machen. Ich habe hier ein paar Bounce Pats. Wir tun das. Er hat beide getötet. Er ist mega low hier bei mir. Der eine ist schon nackt, der andere ist den, glaube ich, nicht nackt. Er hat beide getötet.